Ich muss noch von gestern abladen, da war er ja noch, das stimmt. Das habe ich schon erledigt. Keine Zeit gehabt, Küche und Baller. Ich habe eine Quelle, toll. Eine Quelle. Bin begeistert. Fällt mal an, ich habe die Folge von gestern mal gar nicht hochgeladen. Oh, muss ich alles noch morgen machen? Ja, keine Zeit so gehabt. Ja, angel entspannt. Weiß ich nicht mal, wie sie von Swatchstopp angel entspannt. Ach ja, irgendwie was. Schoki muss man für kleine Schokotaler wahrscheinlich. Nein, sie geht nicht in die Toilette, das hätte ich gehört. Sie geht Richtung Kamin. Oh, ich habe ein Namensschild geangelt. Cool. Ein Namensschild, klasse. Finde ich gut. Das hat doch was. Ich habe gar nicht nach einem Namensschilder schwimmen können, cool. Ach ja. Sehr ruhig beim Angeln, das tiefe Entspannen, das tut doch richtig gut. Schokolade, ne? Ich weiß, wie hält sie mit Schokolade? So, mal gucken, was ich noch angle. Dann mache ich einmal Fischfutter und füttere mal die Fischfutter damit, zu gucken, was wir dann gefangen haben. Hier will ich gucken, wie man Fischfutter herstellt. Dürft aber nicht auch so schwer sein. Finde ich die Seerosen so schön hier vorne. Wir müssen aber nächstes Mal jetzt gleich hier zum Süden gehen. Und nochmal ein bisschen was mitnehmen von dem. Vielleicht können wir ja auch Farbe von den Kamin die sind und dann platt machen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben ja noch genug geangelt. Dann bringen wir auch wieder ein bisschen Leatherquartz mit. Ja, das ist so schön. Ich brauche ich auf einen Pfeil drauf. Wir haben nie mehr Durchschlag. So, wollen wir mal gucken. Uh. Puh, wie riechst du noch Fisch? So, wie macht man jetzt Fischfutter? Fischfutter, da haben wir es doch. Ich brauche eine Schnur und irgendwie Fische oder irgendwas in der Art. Okay, das kriegen wir hin. Ich brauche hin, so eine Schnur. Eine Schnur, eine Schnur, eine Schnur. Zack, haben wir. Dann machen wir mal Fischfutter. So, ähm. Fischfutter. Tadam, 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 tadam. Dann geht es nicht. Der Leatherquartz kommt jetzt an. Viermal Fischfutter, cool. Ähm, ich habe einen Namensteck geangelt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt füttere ich mal die Fischfalle. Mal gucken, wie viele Fische wir damit fangen. Ja, dann Fische bringe ich jetzt in die Küche. Das ist doch gut. Großen Bogen und den Pilz machen. Soll ich den da mal weg machen oder soll er bleiben? Ich werde ihn da weg. Ich mache ihn da weg. Ich packe ihn woanders hin, okay? Dann ist da noch ein bisschen Platz für ein Schimmerblatt. Ich packe den hier so hin. So. Dann können wir gleich mal Richtung Süden. Was hältst du davon? Ja, bin gleich soweit. Habt ihr aber vorher was zu essen? Ich habe genug dabei. Nehme ich dich nicht mit. Diese Drohung. So. Schatz, bist du das, was hier so richtig ist, dass das da Fisch, die dich gefangen haben? Ich gehe da raus, Sicherheitshalber. Muss ja mal fragen, ne? Was haben wir hier? Rote Beete. Können wir die ernten? Kann man. Kriegt man neue Rote Beete raus. Warum kommen wir nicht in die Pflanzen? Weil Rote Beete Saat haben, die müssen. Brrrr. Oh mein Gott. Dieser Mensch ist einfach gerade ein bisschen zu blöd. Achso, den kann man doch nicht weitermachen. Okay, gut. Dann bringe ich dir mal ein bisschen Rote Beete mal rein. Rote Beete sind lecker, sind gesund. Ist gut, das ist gut, habe ich mal gehört. Ja, die schmecken auch, der mag gerne Rote Beete. Warum ist hier eigentlich, wie, warum ist hier in dieser Schublein-System, ähm, Leder und... Dann ist das aus Versehen da reingekommen. Keine Absicht. Na ja, sagen sie alle. So, er sagt, muss es einsortieren. Oder soll ich das schnell machen? Kannst du schnell machen. Das war mir klar. Das war mir so, dass wir davon klar. So, das können wir hier in die Werkstattruhe rein. Ach, ja. Ja, der Schmerch hat eine schöne große Höhle. Gefällt mir sehr. Ich hatte eigentlich auch vorgehabt, eine Höhle zu bauen, aber irgendwie ist es wieder am Haus gescheitert. So, jetzt haben wir hier Radieschen. Wo soll ich hier die Radieschen reinpacken? Irgendwohin. Irgendwohin. Okay. Okay. Rote Beete, rote Beete. Ach, da sind andere rote Beete. Es gibt rote Beete. Oh. Okay. Alles klar. So, wir können uns von mir aus auf die Strümpfe machen. Ich muss kurz die beiden Fische einsortieren. Die Fische sind hier hinten. Wollen wir kurz vorher schlafen gehen oder wollen wir im Dunkeln los? Ähm, vorher pennen gehen. Okay. Danke schön, das ist ja niedlich von dir. Bin im Bett. Aufmerksam. Ja. Aber sicher. Wie verlinkst du denn? Vielleicht sind ja so ein paar Kameras hier. Oh, müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man die ja wieder ärgern. Weiß ich aber nicht. Ja, komm. Dann warte mal kurz mein Ladegeriff von meinem Mobiltelefon rausziehen. Weil er kurz geladen ist. Dann stehe ich morgen arbeitstechnisch auf dem Schlauch. So. Oh, gut. Dann gehen wir nochmal. Du wolltest ja Richtung Süden gehen, ne? Hm. Na komm, ich bin schon unten. Ich warte auf dich. Mal kurz mein Atlas hier rausholen. Jetzt, wo turnst du rum? Ich bin schon immer beim Schimmerblatt, weißt du? Ja, ich bin hier vorne. Oder Schimmerblatt finden, ne? Hm. Mal gucken. Wir gehen mal lang hier. Wir gehen mal Richtung Süden einfach so ein bisschen. Beim nächsten Mal müssen wir mal ein paar Wege bauen, würde ich sagen, ne? Ja. Hm, 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 hm. Das ist alles erlaubt. Du kannst auch Schokolade fressen, wirst du gut gefallen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hm, 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 hm. Das war es ja ja mal bei uns. Das war so richtig auch sehr. Ja. Nochmal das Okay. Schimmerblatt, wir kommen. Schimmerblatt. Ah ja, geht das schon wieder los. Ich hab so etwas... Ich hab so etwas befürchtet. So, dass das Schleimbäumchen aus ist? Mhm. Das Schleimbäumchen ist nie aus. Wie tot geisterst du denn jetzt rum? Hier sehe ich dich wieder nicht. Ja, warte, ich komme. Na komm, auf den Weg. Komm in mitten. Man kann auch quer durch die Wurzeln. Da passiert nichts. Da droppt nichts. Schade, da droppt den Wurm nicht. Kann sein können. Gehen wir ein bisschen Querfeld ein. Was ist denn hier tolles? Kürbisgarten. Brauchen wir nicht. Das haben wir alle glaube ich schon. Oder? Ja. Okay. Jetzt anfangen wir mal geradeaus durch. Das ist noch der bekannte Teil. Wir müssen weiter Richtung Süden erstmal kommen. Und dann gehen wir weiter. Gehen wir auf große Entdeckung hier. Da finden wir irgendwas tolles, ja. Da. Das ist Mietzekatzen. Jetzt müssen wir auch mal wieder wischen. Hier gibt's Piepsys, okay. Hier geht's hoch. Hier muss ich hochgehen. Was wächst denn hier? Was ist das denn? Pier, Pier haben wir schon, glaube ich, ne? Oder haben wir noch keinen für... Oh, das glaube ich, ja. Haben wir schon ein Pier? Ich habe einen mitgenommen zur Sicherheit. Oh, hier ist Lava. Oh, ne. Kein Feuerchen. Hui! Da ist Wasser. Lass mal hier ran gehen. Das Wasser finde ich doof. Die Feuerchen sind noch döver. Ja, später. Lass uns brodeln, dann gehen wir dran vorbei. Ich habe ja mal einen Pfirsich, der leitet uns. Die Flügel sind gut, ne? Ja, der Meer ist gut. Gehen wir hier mal lang. Sind deine noch nicht kaputt? Nö. Warum? Wollt's nicht, weil du schon sehr lange hast. Da gehen wir mal Sachen auch pfleglich um, ne? Ich auch. Ich bin oben. Gibt's hier? Eisenkies, Zinnkies. Brauchen wir erstmal nicht, ne? Ringelblumen nehmen. Ringelblumen nehmen. Nur Ringelblumen nehmen, klar. Ringelblumen. Da kann ich halt Ringelblumensalbe rausmachen. So. Gänzt du das? Ringelblumensalbe? Hm. Geh hier mal runter. Ich glaub da unten ist ein Weg. Find ich cool. Sind wir hier so weg? Hupsala. Ich war am Weg gefunden. Gehen wir nochmal. Wir wollten Richtung Süden. Hier die Südstraße. Gehen wir mal Richtung Süden. Komm her. Da lang. Drei Steinarbeit ist der Hauptweg. Weil das kennen wir doch hier alle. Das ist hier Pier. Was ist das? Achso, das ist nur ein Baumpilz. Na, ich kann mal schön noch Wege bauen. Du wolltest Richtung Süden gehen. Ich wollte Richtung Süden gehen, jetzt gehen wir Richtung Süden. So auf den liegt, den ich jetzt möchte. So. Okay. Ein Feuerchen. Fui. Lass mein Dings liegen. Ja. Dumdi 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 dumdi. Hupsala. Da, 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 da. Fisch. Ich würde comparieren. Das ist parfait, da, 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 ha. Das schmeckt bestimmt harzig, der Fichtenspargel. Oh, das Biom sieht nicht gerade aus, als ob da ein Schimmerblatt war. Kein Schimmerblattwechsel? Kein Schimmerblatt. Ich hab kein Schimmerblatt. Ähm, wie geht's dann? Findest du denn den Maulwurf hier? So, klasse. Hier gibt's ne Brücke? So, weiter über Brücke. Scheißausbrummer gibt's hier. Gibt's hier? Ich glaube, was Altes, okay. Irgendeine Ruine. Wir gehen mal weiter, Ahornblätter. Gehen wir weiter Richtung Süden. Ich glaub noch zehn Hamburger könnte reichen. Was wird's hier? Zehn! Ich hab dir doch gesagt, du sollst was zu essen einpacken. Ja, das wird reichen. Den Hamburger, ne? Ja, die halten lange vor. Die halten schön lange vor. Ich hab zur Not auch Fleisch, dass ich dir was abgeben kann. Ja, kriegen wir hin. Schütschlaße. Du hast jetzt keinen Ofen, wo du dir auch so schnell was braten kannst, ne? Ja, dann wollen wir den Ofen. Hast du Kohle da? Na klar. Cool. Warum haben wir keine Piepses bei uns? Weiß ich nicht. Ich hab für den Efall aber Fleisch eingepackt. Für dich zum Rat, ne? Ich hab für den alten Wald hier rein. Cool. Hat was. Ich sag gar nicht, dass hier dieser alte Wald ist. Was ist das überhaupt hier? Ach, Mammutbäume sind das. Cool. Mammutbäume. Hallo Schweini. Ich hab vorhin mal vier Kühe gekillt, aber gleich wieder nachgezüchtet, ne? So. Äh. Weiß mal kurz. Ich muss mal kurz die Waffe wechseln. Vorher ist ein Wehrwolf. Weiß mal kurz die Waffe. Da können wir mal Fifi kommen. Ja, wenn die ganze Vorarbeit gemacht hat, da kommste. Was ist das denn hier? Da muss ich mal ein Licht machen. Was ist denn hier? Das ist ein riesen Dungeon, dann gehen wir jetzt mal rein. Ist hier irgendwo ein Eingang? So was sagen wir nicht. Warte mal, ich baue hier einfach mal rein und guck mal. Ähm, hier ist ein Eingang. Guck mal. Hier. Komm mal hier zu mir. Hier ist. Hier ist ein Eingang. Da. Okay. Mache aber erstmal Licht an hier. Da kann man die Leiter mal hoch. Da gehe ich jetzt mal die Leiter hoch. Jetzt hier drinnen. Okay. Ein Licht machen. Oh, geht hinauf. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das mache ich mal voll ein bisschen Licht. Noch höher geht es nicht. Okay. Oh, ich stehe auf einer Truhe. Ja. Gewöhnliches Amulett habe ich hier. Ich auch. Zwei Stück. Davon haben wir schon so viele. Sonst ist hier nichts von? Eine Frist. Wo haben wir die ummachen? Habe ich drei Stück. Gewöhnliches Amulett. Wollen wir die alle mitnehmen? Nö. Wir haben schon so viele davon. Ja, dann lasse ich die drinnen. Was haben wir hier? Eine Zwiebelsaat. Brauchen wir die? Ne, brauchen wir nicht. Eimer, Sattel. Einen Sattel können wir ja mitnehmen. Das ist doch schön. Ich habe hier ein Rüstungsteil. Fühlzerisches Rüstungsteil. Hä? Wo ist denn gehen? Schizzle 2. Nein. Okay. Sonst gibt es nichts Bescheid ist hier? Nein. Ich habe sie wieder abgesahnt hier. Warte, das Leid ist drin. Okay, gehen wir raus. Du hast ja Flügel, können wir runterspringen? Jo. Ähm, ja. Ja. Was denn? Alles gut. Was denn? Gibt's Manna? Schafe müssen wir ein bisschen fangen. Wo? Was? Wie? Wovon? Wo? Und da? Okay. Wer? Wovon? Wovon? Alles zum Gerümpel, hier. Guck. Beseitigen. Irgendwas, ob ich durch so einen blöden Pilz gewandert habe, ist mir schlecht. Hier gibt es Manna-Bohnen, okay. Wir können mal weiterentwickeln. Mal gucken, was es hier so gibt. Oh, das sind Schimmerblattbäume. Komm geradeaus. Schimmerblattbäume. 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 Hast du alles? Oder willst du die haben? Was, die Schimmerblätter? Ja, natürlich. Schimmerblattbäume. So, weiter, weiter. Hier sind noch so ein paar Typis oder was? Ein paar Typis? Nein, ich sehe hier keine. Ich habe ein Schwein gehabt. Ich hätte uns jetzt noch ein Bild, dass so ein paar Typis von denen noch da sind. Ich brauche irgendwie sowas blaues. Hier gibt es ganz, ganz viele von den Zauberbäumen hier, oder? Das ist ja noch ein Schimmerblatt. Lohnt sich richtig hier. Binnen lass es sein, völlig erst. Lass mein Schimmerblatt hin los. Ein Bannerbohnen leuchten im Dunkeln. Das finde ich cool. Was kann man damit machen? So, ein Bannerbohnen ernten. Ich weiß gar nicht, aber die sind von Daumenkraft. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Kann man die jetzt irgendwo wieder dran bauen? Weiß es nicht. Weil die läuft so schön, weißt du? Ja. So kommt gleich... Ne, kann man so nicht wieder dran bauen. Was passiert, bringt dir etwas? Okay. Passiert gar nicht irgendwie. Wo bist du? Du bist da, okay. Ich habe schon 10 Schimmerblätter. Das ist doch schön. So, mehr Schimmerblätter? Ne, was? Bis jetzt noch nicht. Okay, wir sind immer weiter durch im Süden. Oh, dieser Wald ist zu schön hier. Jetzt fassen wir unsere Haustür, ne? Hä? Jetzt fassen wir unsere Haustür. Ich brauche ja auch wie so einen Zauberbaum, aber von ähm... Oh Gottchen, oh Gottchen. Oh, hier ist der Versammlung. Hallo Freunde. Was ist denn das für einer hier? Wer hat den Liegen? Wer ist denn das für einer hier? Wer ist denn das für einer hier? Der wird aber ruffig, ne? Warum? Wer ist denn das? Ich weiß es ist. Pech... Pechmagier oder so, was ist das? Pechmagier, ja. Soll ich dir mal killen? Nein, lass ihn. Er hat ein Recht zu leben. Ja. Geh mal hier ein Bärchen mal hoch, um zu gucken, was die Sache ist, ja? Felsen davon. Dann schießt doch schon wieder irgendwas. Nur mal anders als mal wieder hoch hier. Geh mal hier mal hoch. Geh mal hier für einen Baum, was ist das? Ich brauche jetzt so einen komischen, aber wie hieß der denn? Ähm... Regenbogen! Nein! Ähm... Schöne blaue kann ich machen. Magisches Holzbräuch von Biom zu Plenty ist so bläulich, völlig lila. Ne, den brauche ich nicht. Steinschaufel und Pfeile brauchen sowas. Ich schmeiße ihn aber hier runter. Das brauche ich nicht. Steinschaufel und Pfeile brauchen wir nicht. Okay. Ich habe ihn beseitigt. Das ist ein weißer Baum hier. Der ist ja cool. Ach, hier sind Schörbarane. Das finde ich ja. Aua! 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 Zwergkolinder. Aua! Aua! Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ganz voll wie ein Skorpione. Ja, nur so Dreck hier. Ja. Der hat dich ja schon wieder erwischt. Kann er ja ruhig. Ich mache die heile Platz hier. Was kommt der hier? Ich habe hier keine Chance. Platt gemacht. Ähm. Ist das hinter so ein blauer Baum? Ja, das ist so einer. Das ist so einer. Das ist so einer. Das ist wieder einer von Exabioms. So ein blauer. Ich habe von Exabioms. Den haben wir ja schon. Ja. Regenbohnen. Okay. Habe ich das bei dir auch gerade? Ja. Mal kurz rausgehen. Kann ein bisschen oben liegen. Oh, ich muss auch hier oben liegen was essen. Ich habe nur ein halbes Herz. Oh, nee ey. Ja, alles locker. Ich habe schon was gegessen. Es geht schon. Ja, ich habe auch genug hohes Fleisch, was du braten kannst. Ich muss es nur einfach zu Kräften kommen. Das heißt, den Varan gehen wir aus dem Weg. Dann gehen wir weiter Richtung Süden. Ich bin ja gespannt, wo wir rauskommen.